Ich heil' dich! Äh, ich rest' dich meine ich, aber ich bin tot. Scheiße. Mal kurz hier weg. Ja, ich bin gestorben, nachdem ich dich gerestet habe. Hä? Panik! Dreifachkill! Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Overwatch. Ich spiele zusammen mit dem Bele und dem David und wir bereiten einen Angriff vor. Und ich versuche mich mal mit nem neuen Heiler. Mit Mercy. Oh. Mal gucken. Mercy kann nicht nur heilen, sondern auch Waffen. Und ganz schnell sterben. Und ganz schnell sterben. Cool. Moment, was war das nochmal? Muss denn Gewalt immer die Lösung sein. Muss den Gewalt immer die Lösung sein. Muss ihn gewahlen. Links liegt es heilen, rechts liegt es baffen. Bissst. Und Shift ist hinjumpen. Ey, hast du gerade den rollenden Busch da gesehen? Ich find voll gut, dass unser Tank nicht vorgehen will. Der hat ja noch neun Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielgruppe A1. Oh. Verpinkt. Oh. Oh, ich hatte sogar zwei Waffen. Verwirrung. Oh Scheiße, Bastion. Oh. War nicht Bastion. Nö. Hilfe! Loll. Ich habe jemanden gekillt. Ich konnte noch zu anderen Waffe wechseln. Zur einzigen Waffe wechseln. Ja, das läuft doch. Die Waffe ist gar nicht immer schlecht von der her. Zwei Griefer? Ja. Wie immer. Du aus den Schatten. Jemand musste es jetzt. Ich bin voll langsam. Wegleite dich frei. Wow. Irgendjemand müsste Bastion nehmen und sich hier drauf stellen. Ja, mach mal. Ich heil dich. Ich wechsel. Peng. Jetzt. Schieb mich nicht hier runter. Ich schieb dich überhaupt nicht. Oh. 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 Der ist doch tot. isesti Halli. nein信ites. Hinter uns. Nicht gut. Nuht der Reaper. Aber nicht auseinander ziehen lassen. Ich wurde aufeinander gezogen. Oh. Was? der hat über Heresse gezogen. Oh oh. Das hat michillas Grabschlöse nachدمeln. Ach dieser %�ter Dohwe Gestützturm. ich habe mich im visier Jetzt geht das alle ab, Kümmer. Heil mich. Mach ich. Oh man, ich hoffe du weißt was du tust, denn ich gucke nebenwohin außer auf dich. Das ist gut. Vor allem das ist gut. Ich seh überhaupt nix, das ist gut. Ah, wow. Ja du musst mich heilen. Hab ich die ganze Zeit, aber da kam kein Schaden und dachte ich mach dich mal. Ja, da kommt Schaden und hab ich tot. Dann kam sehr viel Schaden auf einmal. Mach, ich hätt dich doch rissen können, ich Idiot. Mein Ultimate war fertig, das hab ich nicht gesehen. Kurz nach dem Checkpoint so weit weg gespawnt, wie nur irgendwie gegen. Sack. Nein! Hatte nicht gemerkt, dass der Ultimate fertig war. Help. Momentum. Mist. Halt durch. Wo bist du? Ohohoho. Ich seh dich nicht. Komm zur Straße. Nein. Halt durch. Fuck. Jetzt marinen alle. Wöh. Marinen alle. Ja. 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 Das war der Sniper. Ja. Scheiße. Best Schaden. Ach ist nicht schlimm. Der schießt woanders hin. ich habe bestanden erledigt das war kein bestand was die aufbaut und schießt best für den heiler ist die pistole echt geil was die pistole die macht null schaden ja hallo ich habe das geschützte von 100 auf null geschossen mit meiner hilfe oh gott oh gott oh shit hast du vor weil wir noch voll weit weg sind 100.000 typen ja nein ich meine nur von uns die ich heilen muss mann mann wow was mann ich hello ich weiß nicht wie ich so schnell sterben konnte ja echt oh nein der bene ist tot tot wow oh also auf jeden fall macht die pistole von der mehr schaden als von den ganzen krank die ich heute hatte wir wissen die kranker entschaffen ah wo seid ihr das dauert das dauert zu lange bis ich mich aufgestellt habe und dann einfach nicht aufstellen und dann einfach nicht aufstellen oh leute ich heile euch doch geht noch oh ihr seid feige jetzt gibt's was auf die ohren wie wichtig du bist ein tank ich bin hinter david ich bin hinter david warte ich komm zu euch rüber warte ich komm zu euch rüber moment mal kommt mercy aus der schweiz oder so ja hat jemand nachgerufen das wäre wohl nichts mann alles muss ich alleine machen oh shit genau what's up lasst mich durch ich bin ernst höö ey mann da bin ich heilig zu 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 auch viele viele nicht hier nach mach sie alle an genau star tus RE1 zum x machen platz später in das hat hier berlin Das ist ein Sniper! Ich muss nachladen! Oh Gott! Lass uns dieses Baby mal in Fahrt bringen! Wow, mach sie an! Nein, ich heil dich! Äh, ich rest dich meine ich, aber ich bin tot. Scheiße. Mal kurz hier weg. Ja, ich bin gestorben, nachdem ich dich gerest habe. Hä? Panik! Drei-Fach-Kill! Jetzt haben wir's! Jawoll! Ich fasse es ja nicht! Sieg! Was ist das denn? Ja! Jetzt habe ich auch endlich mal einen Heiler gefunden, der was kann! Ja, pfff! Das ist natürlich ein Highlight! Was denn? Soll mal gucken, wie du heilst! Ja, du bist so aussehen, wie ich da den David als Geschützgehalt habe, so passt der dann da! Und überhaupt! Und ich würde ja gerne mal meine Kills jetzt in der Wiederholung sehen, damit du mal siehst, was für'n Schaden das Ding macht! Wieso ist das keiner von uns in der Liste? Ja, weil wir alle nicht so gut waren! Ja, ähm... Drei Kills! Drei Kills! Drei Kills! Drei Kills! Macht nichts! Als viele! Wenn ihr auch Spaß hattet beim Zuschauen, dann hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal! Und schaut, wie im nächsten Video reicht! Weil es heißt, wir spielen Overwatch und wissen nicht, was wir tun! Tschüss! 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 Tschüss!